Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nels Cardo Soneto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Wir schauen uns zunächst einmal den Risikohinweis an. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlage Beratung oder Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, ich lasse das noch ein bisschen stehen. Wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann gerne pausieren. Für alle, die neu dabei sind, Sie können gerne rechts die Chatfunktion nutzen und dem Jens Fragen stellen. Interaktion ist sehr willkommen. Nelson, meine kurze Frage. Theoretisch müsste ich doch ein Bildschirm sehen, oder? Ja, von dir. Ja, genau. Ich lese es gerade auch schon in der Chatbox. Bild fehlt. Also dann ist es nicht nur bei mir so. Okay. Okay, weil zunächst ein Teilnehmer Bild und Ton okay schrieb. Gut. Dann warte. Probieren wir mal was anderes. Ja, perfekt. Da ist er. Nee, Moment. Jetzt ist er da. Ist da, ja? Jetzt ist er da, genau. Okay, dann lasse ich jetzt nochmal ganz kurz stehen. Ton hat aber funktioniert hoffentlich. Dann jetzt bitte nochmal den Risikohinweis auch schriftlich wahrnehmen. Und ja, dann können wir jetzt auch rüber zu dir schalten, Jens. Ja, gerade viel los an den Märkten wieder. Ich bin gespannt, was du uns für Themen heute mitgebracht hast. Erstaunlicherweise fange ich mal an mit einer Ankündigung bezüglich des Neuseeland-Dollars. Da habe ich gerade eben nicht schlecht geschaut, dass ich lesen musste, dass die RBNZ heute Nacht den Zins gesenkt hat. Was ehrlich gesprochen, auch ich habe übrigens noch ein Risikohinweis, dass ich da kurz eine Vollständigkeit habe, was wiederum, glaube ich, zeigt, in was für ein Zeitfenster wir gerade einzutreten scheinen. Rund um den Globus werden die Notenbanken immer sogenannt doppischer. Also das heißt, die werden immer expansiver bezüglich ihrer geldpolitischen Planung. Und ja, warum ist das erwähnenswert? Das ist dahingehend erwähnenswert, weil besonders vor dem Hintergrund der jetzigen, wieder sich abzeichnenden Eskalation mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, auf den wir natürlich detailliert noch im Folgenden eingehen werden, weil jetzt es langsam problematisch wird, besonders auch seitens der Trump-Administration, die es ja geschafft hat, die Abschläge des vierten Quartals, des vierten Quartals eben, ja, dahingehend in den Griff zu bekommen, dass man eben im Grunde genommen so ziemlich alle Register gezogen hat, massiv auf die eigentlich unabhängige FED eingewirkt hat, die man eben dazu gebracht hat, einen sogenannten U-Turn hinzulegen. Also das heißt, sich um 180 Grad zu wenden oder um 180 Grad, ja, wenden kann man sagen, glaube ich. Also das heißt, bezüglich ihrer, sich abzeichnenden weiteren Reduktionen auf Autopilot laufend, der Anleihebilanz, oder beziehungsweise der FED-Bilanz generell und der Anleiheaufkäufe, der aufgekaufenen Anleihe, der Reduktion dieser Anleihebestände, beziehungsweise auch bezüglich ihrer Zinspolitik eben komplett zurückzurudern. Sogar jetzt für die nächsten Monate wird seitens des Markts eine Zinssenkung gespielt, auch wenn letzte Woche Mittwoch eben Chairman Powell das eigentlich komplett konträr dargestellt hat. Und dann hat man immer noch so die Hoffnung gehabt, die Trade Talks, die sind dann eventuell auch in der Lage, hier in irgendeiner Weise den Markt eben irgendwie zu liften, also den US-amerikanischen Markt einfach weiter aufwärts zu treiben. Blöderweise hat sich jetzt abgezeichnet, dass das alles ein riesengroßer Luftballon zu gewesen sein scheint, den Donald Trump und seinen Stab dort aufgeblasen hat. Also das heißt, die Glaubwürdigkeit des Herrn, die wird jetzt sehr in Frage gestellt werden in Zukunft, wenn da irgendwelche Kommentare gemacht werden bezüglich des Great Deals, der sich irgendwie abzeichnet. Die FED kann auch nicht weiter zurückrudern. Und ja, das ist durchaus ein sehr, sehr gefährliches, in Anführungsstrichen, Umfeld, besonders dann, wenn es zu einer Eskalation kommt. Heute Nacht kamen auch Zahlen zum Export aus China, die waren auch nicht besonders. Und all das, das wollen wir uns dann im Folgenden natürlich anschauen. Ich will aber zunächst, also es ist kein Zufall, dass die Slide jetzt offen ist. Wir werden auch gleich zum Markt drüber switchen. Ich wollte die ja primär wegen der Webseite, der trader-dasbuch.de offen halten. Beim letzten Mal, als wir hier waren, da hatten wir nämlich einen, ich hätte das kurz eingeworfen, habe zum Thema Monte Carlo Simulation. Ich habe dazu jetzt mittlerweile einen Blogartikel verfasst, der ist auf meiner Webseite erschienen und den möchte ich gerne einmal zeigen gleich. Einen Moment, ich muss jetzt mal eben hier schauen. Wir sind jetzt aus der Open Range. Ich werde euch gleich erklären, weswegen ich diesen Trade Long ungerne machen möchte, der sich jetzt hier gerade abzeichnet. Also normalerweise ist es so, dass wir ausgehend vom 50er EMA auf 5 Minuten Basis, DAX 5 Minuten steht dort, diese blaufarbene Linie ist der Exponential Moving Average, würden wir im Zusammenhang mit der Markteröffnung eigentlich einen Long Trade platzieren, weil wir nämlich aus der Range auf der Oberseite jetzt hier gerade ausbrechen. Das Problem dabei ist allerdings, ich möchte das besonders nach den massiven Abschlägen von gestern sehr, sehr ungern handeln und jetzt hier tatsächlich diskretionär intervenieren, bin mir sogar, ehrlich gesagt, nicht ganz so sicher, ob das nicht eventuell sogar ein potenzieller Fake-Out ist und dazu gehe ich gleich mal kurz zurück auf die Stundenbasis. Also ich springe jetzt gerade so ein bisschen mit den Themen, aber ihr werdet gleich, es wird sich alles fügen, ja. Wir werden das alles noch aufarbeiten, also hier sehen wir diese massiven Abschläge von gestern und das Interessante in dieser Konstellation ist jetzt hier, dass wir einen Schlüsselbereich angelaufen sind um 12.000 Punkte ungefähr, den habe ich auch schon eine ganze Weile eigentlich herausgestellt, das ist hier so ein Hoch gewesen, also nicht nur aus der Perspektive psychologisch relevantes Level, das 12.000er Level, sondern auch charttechnisch relevant, da sind wir gestern nahezu punktgenau in diesem Bereich vorgestoßen zwischen 12.000 und 12.030 Punkten in den späten Abend hinein und jetzt wird eine Gegenbewegung initiiert, die ich auch in der Form tatsächlich auch so in meiner Analyse für den heutigen Tag herausgestellt habe und die jetzt gerade eben läuft, wobei allerdings man erkennen kann, dass ich hier auf der Oberseite das Aufwärtspotenzial offensichtlich für beschränkt erachte, eher im Bereich um 12.140, also 20, 30 Punkte höher vom aktuellen Niveau, 1.23, 1.24 stehen wir gerade, würde ich eher tatsächlich Short-Engagements gegen ehemaliges Tief-Traden mit der Erwartung, dass wir von dort nochmal abkippen und das, die Stunde ist die uns dominierende Zeit eben auf der 5-Minuten-Basis. Dieses Bild hier, wie sich das darstellt, das lädt nicht unbedingt dazu ein, eben entsprechend jetzt die Long-Seite zu traden, also beziehungsweise ein attraktives Chancenrisikoverhältnis auch umzuhaben. Deswegen diese diskretionäre Intervention meinerseits jetzt in diesem Zusammenhang. Tatsächlich machen wir folgendes, ich würde, jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen, ich habe hier noch beiden nicht eingelegt, ich würde nämlich folgendes machen und zwar mit einem Wohler-Stop tatsächlich an dieser Stelle arbeiten wollen, gegen die 12.1.40, 12.1.50 mit einem 40-Punkte-Stop. Wie ich darauf komme, das hat mit der Average-Range jetzt hier zu tun. Ich arbeite da mit einem etwas aggressiveren, oder nicht aggressiveren, konservativen Volatilitäts-Stop, also sprich, ich arbeite hier mit einem Multiplikator von ungefähr 3,5 bis 4. Normalerweise ist das so 2,5, aber ausgehend von der erhöhten Volatilität gerade, denke ich, dass es da durchaus Sinn bringen dürfte, ein bisschen aggressiver, oder nicht aggressiver, sondern weiter mit seinem Stop zu arbeiten und dann entsprechend mit der Positionskurs hier lieber ein bisschen runter zu gehen. Und eine Order, die wir jetzt dann einlegen würden, die wäre short, anders als wir es normalerweise tun von der Open Range, wäre short gegen diese ehemaligen Tiefs. Also, ich arbeite dann mit einem Sell-Limit auf der Oberseite, auf der 12.1.45 bei einem Risiko von etwa 1% oder 0,8, 0,9%. Wir haben einen Fixed Price, das ist der Volatilitäts-Stop 1,85. Das sind die 40 Punkte, die ich auf den Entry aufschlage, ausgehend von der ATR. Und einen Take Profit, den lasse ich erstmal offen stehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn dieser Gedanke aufgeht, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir nicht nur die 12.000 anlaufen, was sein erstes Ziel wäre, sondern dass wir eventuell sogar nochmal ein Abwärts-Lag zu sehen bekommen, welches uns bis in den Bereich um 11.800 Punkte führt. Ausgehend von, ich gucke mal kurz, kann man es auf dem Daily erkennen? Ja, schon. Also, hier kann man erkennen, dass es inzwischen hoch gewesen, welches damals auch zusammengefallen ist, oder fast zusammengefallen ist mit der 200-Tage-Linie. Das ist dieser violettfarbene, gleitende Durchschnitt, den wir hier sehen. Und das Überwinden hat dann stärkere Aufwärtsdynamik nach sich gezogen, und, ja, das ist für mich eine Region, die ich eben als potenzielles Kursziel anvisieren würde, sollte es zu einem Unterschreiten der 12.000er-Marke kommen. Das ist interessanterweise auch so. Fällt mir jetzt gerade auf, das könnte man auch mal kurz hier reinwerfen, und zwar, ich gehe mal kurz auf eine Webseite, die heißt Stock Street, da waren wir auch schon mal, und Stock Street hat ein Verfallsdiagramm hinsichtlich eben des kleinen Verfalls, der jetzt im Mai wieder ansteht, also pro Monat gibt es dort am dritten Freitag immer einen Verfall, ja, den großen Verfall, den kennen wir alle, das ist der März, Juni, September und Dezember, und dann ist es aber so, dass monatlich dennoch einmal Optionen verfallen, in dem Fall eben dann hier im Mai, jetzt am dritten Freitag, was dann, ich gucke mal ganz kurz, wie viele Freitag müsste das jetzt an, das ist dann nächste Woche Freitag, folglich richtig, genau, letzte Woche war der erste Freitag im Monat, also das heißt, der 17. ist dann der Verfall, und hier kann man ganz cool reinzoomen, und dann kann man was erkennen, nämlich, dass zum einen diese rotfarbenen Balken für uns sind da relevant, dass da eben das 12.000er Level, dass das verhältnismäßig stark ausgeprägt ist hier, ja, da hat sich also offensichtlich eine größere Meute an Marktteilnehmern gefunden, institutioneller, die eben darauf spekulieren, dass wir uns oberhalb von 12.000 Punkte halten können, jetzt gehen wir davon aus, dass diese nicht in irgendeiner Form bereits gehätscht sind, also abgesicherte Positionen hier halten, heißt also etwas anders formuliert, wenn wir dieses Level unterschreiten, dann darf davon ausgegangen werden, dass nochmal stärkerer Verkaufsdruck aufkommt, infolgedessen dann eben Hedging-Geschäfte auf den Weg gebracht werden, und infolgedessen dann stärkerer Verkaufsdruck initiiert wird, und das nächste potenziell hier etwas stärker herausragende Level findet sich im Bereich um 11.000 Punkte, Entschuldigung, 11.800 Punkte natürlich, da auf der Unterseite, das ist nicht besonders stark ausgeprägt, dafür ist auch diese Signifikanz dieses Verfalltages nicht ausreichend stark, meiner Meinung nach, aber zumindestens mal dient es sehr gut als Orientierung und passt ganz gut zusammen auch mit der Beobachtung, die ich eben aus charttechnischer Perspektive hier habe, eben entsprechend, also so komme ich auf die 11.800er Region, und ja, das wäre jetzt dann so der Gedanke, den man erstmal zunächst einmal hier formulieren könnte eben, und wo wir mal abwarten, ob diese Gegenbewegung dann gegen diesen Bereich im Widerstand findet, das, was mich natürlich jetzt, das will ich auch sagen, was mich natürlich ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass ich mit einem Wohlerstop arbeiten muss, wo schnell auch in diesem weiterhin verhältnismäßig dünnen Umfeld, also das merkt man auch an ziemlich erratischen Bewegungen, die sich so dann dargeboten haben, auch die letzten Tage noch, dass das natürlich ein Problem darstellt, wenn der Markt jetzt hier überschießt, dann kannst du auch mal relativ zügig aus so einem Trade rausgeholt worden, weil du im erweiterten Sinne eigentlich deinen Stopp irgendwo in der Pampa platziert hast, also das ist wie gesagt zwar aus volatilitätstechnischer Sicht, basierend auf jetzt der historischen Wohler, besonders der letzten Stunden, und vor allem des gestrigen Handelstages, ist das ein legitimes Stop-Level, wenn man das auf 5-Minuten-Basis eben setzt, also ich schaue mir auf der Stunde potenziellen Trigger an, und shorte den dann hier gehandelt eben auf der 5-Minuten-Ebene, aber nichtsdestotrotz ist es eben tatsächlich, ja, so ein bisschen tricky, also solche Stops, das sind eben so eine, in Anführungsstrichen Notfall-Stops, oder Worst-Case-Stops eben tatsächlich, die ich dann dort platziere, die ich jetzt nicht so angenehm empfinde, ehrlich gesprochen, aber nichtsdestotrotz die Notwendigkeit darstellen, einfach um für den sogenannten Worst-Case, dass wir einfach nach oben jetzt diesen Trigger überlaufen, einfach platziert zu sein, und dann zügig auch wieder entsprechend aus dem Markt uns verabschieden, ohne aber jetzt die Gefahr zu laufen, dass wenn wir getriggert werden, uns im Marktrauschen bewegen, also so ist dieser Stop eben tatsächlich zu verstehen. Gut, kommen wir mal ganz kurz nochmal zu dem Monte Carlo-Simulation, und ich stelle in dem Zusammenhang jetzt mal hier einen Link ein, der auch dem Artikel sich dann widmet, und ich zeige auch, wie man den, neben dem Link, den ich jetzt einstelle, wie man den dann findet. Der Grund übrigens, warum ich den jetzt hier einstelle, ist auch relativ einfacher. Ich habe gesehen, dass der Artikel sehr, sehr gut angekommen ist bis dato. Der eine oder andere, also bis jetzt habe ich immer nur positives Feedback erhalten, zu der Webseite, zum Buch, aber nichtsdestotrotz war auch so das Feedback, das man hören konnte, und die Carlo-Simulation ist ja ganz cool, aber irgendwie so, ja, irgendwie, wie arbeitet man jetzt eigentlich damit? Also das heißt, dieser Tab hier, und die im Buch beschriebenen Inhalte, rund zum Thema Risikomanagement beispielsweise, die habe ich halt mir gedacht, das ist mal ganz schön, natürlich die in der Tiefe zu beleuchten. Nichtsdestotrotz ist es auch immer sehr gut, dass dann gleich irgendwie in der Praxis Anwendung finden lassen zu können und damit zu arbeiten und vor allem auch irgendwie das visuell vor Augen geführt zu bekommen. Und neben der Tatsache, dass es eben Risikomanagement ein bisschen ansehnlicher werden lässt, ist es auch so, dass man das für sein eigenes Trading gut nutzen kann, um sich auch mental eigentlich schon ein relativ solides Fundament zu bringen. Und ja, nunmehr ist es allerdings dann eben so, das ist zwar eine schöne Idee, aber eine Erklärung dazu wäre dann vielleicht doch ganz, ganz hilfreich. Und das hat mich dann eben dazu veranlasst, einen Blogartikel dazu zu verfassen, findet man auf meiner Webseite eben jk-trading.com. Wie gesagt, Link habe ich eingestellt und dann geht man hier über Blog und das ist jetzt auch ein jüngerer Artikel, also zwei, drei Wochen ist der alt. Da stelle ich, wie gesagt, immer jemals am Freitag einen Artikel ein, der sich dem Thema Trading aus irgendeiner Perspektive widmet, Risikomanagement, Tradingpsychologie, Fragen, die einen bewegen, Fragen, die mir zugetragen werden per Mail. Jetzt war es am letzten Freitag zum Beispiel Trading in the Zone oder Trading in der Zone, das heißt also im Bereich des optimalen Erregungsniveaus, Fragen, wie zum Beispiel, nehme ich eigentlich 100% Verantwortung in meinem Trading und dann die Woche davor waren es die Monte Carlo Simulationen. Genau in diesem Artikel, wie gesagt, bittet mich halt der Frage, wie kann ich damit eigentlich arbeiten mit diesem, ich finde, ganz cool gelungenen Tool eigentlich hier auf der Webseite zu dem Buch und genau das ist eben dann Basis des Artikels. Also für alle, die sich dazu schon mal, damit schon mal beschäftigt haben, schaut euch das sehr, sehr gerne an, liest euch das durch, schickt mir auch sehr, sehr gerne ein Feedback dazu. Ich habe jetzt ja auch mal ein bisschen was erklärt, was ist das überhaupt, diese Monte Carlo Simulationen, das ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abstrakt, das ist aber tatsächlich ein sehr, sehr hilfreiches Tool, welches im Trading generell eben hier helfen kann und ich habe dann auch entsprechend mal aufgeschrieben, wie aber auch, wieso sollte ich Monte Carlo Simulationen in meinem Trading nutzen. Ja, so, ja, das eigentlich so im Großen und Ganzen zum Thema Monte Carlo Simulationen, Trading Sell Limit und dann widmen wir uns mal dem übergeordneten Thema, dem wir uns jetzt seit Sonntag eben gegenüber sehen, welches für viele überraschend kam, für mich eingeschlossen. Ich habe davon zufälligerweise in den Nachrichten erfahren, ich gucke normalerweise nicht besonders viele Nachrichten, das will ich auch ganz ehrlich sagen, beziehungsweise beschaffe meine Nachrichten nicht unbedingt jetzt über die klassischen Mainstream-Medien, aber am Sonntag, ja, sagte man so durch den Fernseher und plötzlich lief da eben entsprechend, dass Donald Trump einen Tweet abgesetzt hatte, wonach er ankündigte, dass ab Freitag, diesen kommenden Freitag jetzt, eben die Importzölle auf diverse chinesische Güter von 10 auf 25 Prozent erhöht werden, in Summe, weil ihm die Verhandlungen, Trade Talks zu langsam gehen würden. Das ist insofern eine ziemliche Überraschung, gewesen für den Markt und der Markt hat es auch entsprechend natürlich quittiert. Also wir haben es gerade im DAX ja schon gesehen, die Abschläge, die sich dort dann eben gezeigt haben, das ist hier die Kerze gewesen, um zwei Uhr nachts unserer Zeit, als wir die Öffnung gesehen haben. Wir haben fast 200 Punkte von diesen Kursen hier, Schlusskurs letzte Woche Freitag haben wir eröffnet. Auch der Dow Jones natürlich massiv unter Druck gewesen, auch der S&P, habe ich jetzt mal hier, dazu kommen wir gleich mal hier. Das ist dieses saisonale Muster gewesen, wo wir jetzt auch eins für den Nasdaq sehen. Also wir haben diverse Themen heute tatsächlich, die wir uns widmen wollen. Also alle Märkte rund um den Globus haben mit Abschlägen reagiert und gestern, ja das war so ein bisschen so ein erster Anfang ehrlich gesagt. Man muss aber sagen, man hat das Gefühl, dass eben der Markt derzeit noch nicht wirklich stark eingepreist hat, was da noch kommen könnte. Denn es ist noch so eine Resthoffnung vorhanden, hat man das Gefühl, wonach eben man sich seitens der USA und China dann doch zusammenraufen könnte. Also derzeit sieht es so ein bisschen danach aus, also dieser Eindruck, der erhärtet sich, dass Donald Trump eben jetzt, also sich ja immer gerne als, ja so, so Dealmaker bezeichnet, der einfach jetzt alle Register zieht und massiven Druck versucht, auf China aufzubauen. Ich hatte gestern jetzt schon im Morning Meeting gesagt, dass ich persönlich glaube, dass wir jetzt sehr, sehr stark abhängig sind von der, von den Chinesen und deren Einschätzung. Also nicht, dass die jetzt die Good Guys am Table werden, also bei diesen Verhandlungen. Aber zumindestens mal ist es so, dass die Chinesen, soweit ich es gehört habe, ohne das dann bestätigen zu können, in irgendeiner Form, aber, dass die Chinesen eine sehr eigene Art und Weise der Verhandlungen haben und sehr, sehr viel Wert, auch meines Wissens nach, auf Respekt, gegenseitigen Respekt eben legen. Wir erinnern uns dran, ich glaube, es war in Buenos Aires, letztes Jahr, auf dem G20-Gipfel, als Donald Trump plötzlich, irgendwie damit sich berüstete, was für großartige Gespräche da stattgefunden haben zwischen ihm und dem chinesischen Premier Xi Jinping und dass da sich große Deals abzeichnen und sonst dergleichen, wo die Chinesen dann anschließend gesagt haben, wir können uns da jetzt nicht so dran erinnern, dass das stattgefunden hat. Hat auch einiges an Turbulenzen nach sich gezogen und man hat auch definitiv spüren können, dass eben die Chinesen infolgedessen ziemlich verstimmt waren. Und nun ist es dann eben tatsächlich so, das, was Trump jetzt gemacht hat, ich will da vielleicht auch mal ganz kurz die Tweets draufholen, ich fülle mich gerade ein, muss ich aber erstmal vorbereiten. Einen Moment, mal kurz zu Twitter, ich hatte das retweetet gehabt. Die haben dann zunächst die Gefahr eben beinhaltet, die Gefahr beinhaltet, dass eben tatsächlich die Chinesen sich komplett von diesen Gesprächen zurückziehen und das war auch die erste Meldung, die eben dann stattgefunden hat. Der chinesische Vizepremier, Louis Liu He, das ist mittlerweile revidiert worden. Der kommt jetzt doch nach Washington am Donnerstag, Freitag, aber Fakt ist auf jeden Fall, wo haben wir es denn jetzt? Der hatte, da, da steht es schon mal, der hat seinen Trip nach Washington, initial zumindest, so waren diverse Meldungen an diesem Tag, erstmal gecancelt gehabt und hat gesagt, na gut, unter diesen Voraussetzungen werden wir mit Herrn Trump oder generell mit den USA nicht weiter verhandeln. Das sind keine, das sind keine Voraussetzungen eben tatsächlich. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen beruhigt und die Chinesen scheinen so ein bisschen ihren Stolz herunterzuschlucken und sich jetzt doch auf den Weg nach Washington zu machen und infolgedessen hält sich der Markt verhältnismäßig stark noch. Also gestern, wie gesagt, diese Abschläge waren eigentlich folgerichtig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht gewesen, dass sie gestern stattgefunden haben. Ich hätte schon am Montag damit gerechnet und nichtsdestotrotz ist es eben tatsächlich so, besonders wenn man sich eben den Devisenmarkt so ein wenig anschaut, aber auch den Aktienmarkt generell, der kann sich immer noch auf verhältnismäßig hohem Niveau stabilisieren und jetzt ist es, wie gesagt, eben potenziell eine Spekulation, dass seitens des Marktes keinerlei, ja, dass keinerlei Gefahr gesehen wird, dass diese Charris wirklich auf den Weg gebracht werden. Die Optionen, die ja durchaus in dem Zusammenhang noch besteht, ist, dass es dort eben eine Lösung gibt und diese, oder ein Deal gibt, dass diese Tariffs eben gar nicht in irgendeiner Form gegeben oder auf den Weg gebracht werden. Es gibt wieder eine Verzögerung, die auf den Weg gebracht wird. Dann wird sich eben herausstellen, dass Trump hier einfach nur geblufft hat. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich vielleicht einigt auf einen Deal, der wenigstens ein kleiner Deal in Anführungsstrichen ist, aber die Tariffs eben nicht von 10 auf 25 Prozent, sondern eben auf 15 Prozent beispielsweise erhöht wird. Diese verschiedenen Spekulationen gibt es. Keiner sieht so wirklich eine wirkliche Eskalation, dass die Gespräche komplett abgebrochen werden und dass es hier in irgendeiner Form eine vollständige Eskalation gibt. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht. Nicht, dass ich mir wünschen würde. Ich kann auch nachvollziehen, dass es sich derzeit eben so einpendelt und dass man eben auch die Möglichkeit sieht, dass die Chinesen hier dann auch nochmal einen zusätzlichen Schritt auf die USA machen. Nach diesen Zahlen, die eben über Nacht veröffentlicht worden sind, kann man hier direkt auf der Hauptseite von tradingeconomics.com lesen, China exports fall unexpectedly in April. Das heißt, wenn wir da mal draufklicken, dann wird hier gezeigt, dass wir eben so, mal kurz gucken, haben wir die Zahl jetzt hier eigentlich richtig veröffentlicht? In irgendeiner Tabelle? Nee, nicht so wirklich. Also, lesen wir aus dem Text ab, sind um 2,7% je und je eben eingebrochen, ja, von einem vorherigen Sprung auf 14,2%, positiv und auch hier der Markt hat, wenn auch einen niedrigeren als den Vormonat Datensatz erwartet, er hat zumindest mal das zu positiv eingeschätzt. Also, mit plus 2,3% sollten die Exporte eigentlich angestiegen sein nach diesen diversen Schätzungen, sind minus 2,7%, veröffentlicht worden. Das zeigt, dass diese Tariffs tatsächlich einbußen, auf Seiten auch der Chinesen schon bereits Nachsicht ziehen, negative Effekte auf die Wirtschaft eben, die chinesische haben und das auch aus dieser Perspektive China natürlich willens ist, diese Gefahr für die eigene Wirtschaft eben abzuwenden. Nicht, dass aber auch die USA potenziell getroffen werden können. Also, Trump selbst ist ja jemand, der sich hier hinstellt und behauptet, dass diese Tariffs da eben zum aktuellen Aufschwung, Wirtschaftsausschwung in den USA eben dazu beigetragen haben. Ich bin mir nicht sicher, welche Firma es war. War es GE? War es General Motors? GE? Bin mir nicht sicher. Vielleicht war es auch keiner von den beiden. Das war eine dritte Firma. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass sich hier schon bereits zeigt, dass diese negative Auswirkungen eben haben und auch die Ergebnisse generell haben. Dieses Unternehmen hatte eine Einbuße berichtet in Folge der Importzörder jetzt von einer Milliarde. Harley-Davidson selbst hat durch die Tariffs nur aus Deutschland, Entschuldigung, nicht Deutschland, aus der Eurozone jetzt auch diesbezüglich ja eine Gewinnbahnung ausgegeben. Wir wissen auch, dass Management von Harley und Donald Trump, das sind jetzt nicht ganz so die besten, dicksten Freunde. Dennoch hat sich Donald Trump schützend vor eben die, vor Harley gestellt, vor das US-amerikanische Unternehmen und hat halt in dem Zusammenhang angekündigt, Vergeltung auch zu üben zu wollen gegenüber Europa und dann entsprechend das zu adressieren. Das war kurz vor der letzten Zinssitzung seitens der EZB. So, worauf läuft das alles hinaus? Nun, es läuft darauf hinaus, dass die Gefahr massiv besteht, dass es eine sich sowieso schon bereits am Horizont abzeichnende Rezession, Invertierung der Zinsstrukturkurve in den USA haben wir bereits. Wir haben wieder eine relativ stark abgeflachte Zinsstrukturkurve. Können wir auch noch oben scrollen hier. Habe ich auch geretweetet gehabt. Wo haben wir sie denn? Gestern, vorgestern? Da. Ja, sind wir wieder bei einem Spread zweijähriger zu zehnjährigen Zinsen von weniger als 20 Basispunkten. Also, heißt anders formuliert, du kriegst auf zweijährige US-Papiere 2,3% Zinsen ungefähr, während du auf zehnjährige 2,5% Zinsen bekommst. Also, das heißt, etwas anders formuliert, du bekommst auf zwei Jahre nahezu den gleichen Zins wie auf länger laufende 10-Jahres-Papiere und das ist insofern halt erwähnenswert, als dass das zeigt, dass der Markt derzeit kurzfristig stabilen Zins oder auch vielleicht sogar einen Zinsanhebung sieht durch eben eine sich kurzzeitig noch weiter aufbäumende US-Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass die Zinsanhebung wirklich ein Thema ist, nach Fed-Chairman Powell letzte Woche, wo er das eben auf die lange Bank geschoben hat, aber nichtsdestotrotz die längerfristigen Zinsen, die nicht anziehen, das ist ein Indiz dafür, dass der Markt erwartet, dass wir eben hier keinerlei starkes Wirtschaftswachstum zu sehen bekommen, welches eben Inflation auf den Weg bringt und infolgedessen eben Zinsanhebung seitens der Notenbank notwendig werden lässt und das ist ein deutliches Indiz dafür, dass der Markt eben beginnt zu spekulieren oder sich darauf vorzubereiten, dass es eben zu einer Rezession kommt. Diese Importzölle und diese Eskalation im Handelskrieg könnte diese Entwicklung, die meiner Meinung nach unausweichlich ist und auch sich zum Beispiel in Europa eher deutlich abzeichnet und auch hier noch für einiges an Schwankungen sorgen wird. Da hatten wir gestern auch Anpassungen der Wirtschaftsausblicke für den gesamten europäischen Raum, wo Deutschland auf dem vorletzten Platz zu finden war, vor Italien, immerhin etwas, aber nichtsdestotrotz als Wirtschaftslokomotive der Eurozone diesen Wirtschaftsabschwung in Europa zu sehen, das ist mit Sicherheit alles andere als positiv für das Gesamtkonstrukt Euro, so wie es aufgebaut ist und auch der expansiven Notenbankpolitik der EZB. Aber zurück, wie gesagt, auf die USA, diese Importzölle, die haben eben global massive Risiken, die sie nach sich ziehen aus eben Wirtschaftsaufschwung technischer Sicht oder wirtschaftlich entwicklungstechnischer Sicht und sollten eben tatsächlich nicht unterschätzt werden und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass der Markt, wie gesagt, hier dieses Risiko massiv unterpreist und die Gefahr einer Eskalation akut gegeben ist und nicht unterschätzt werden sollte und das eventuell der Beginn von einer wesentlich schärferen Bewegung nochmal sein könnte, dazu gucken wir nochmal auf den S&P, wo wir eben hier nach einem kurzen Push auf neue Allzeithochs eben jetzt einen scharfen Rücksetzer sehen, der vielleicht auch, ja, vielleicht erstmal sich verhalten darstellt, aber wo die Beschleunigung in den Wochenschluss hinein und dann erstmal in den nächsten Wochen auch sich noch wesentlich dramatischer darstellen könnte und wo dann kurzfristig zumindest noch mal mindestens der Bereich um die 200-Tage-Linie in den Mittelpunkt des Geschehnens rückt, eventuell sogar tatsächlich wir tiefer rutschen. In dem Zusammenhang sehr auch nochmal ganz kurz was erwähnt, was ich ganz interessant fand, das habe ich gestern bei Zero Hedge zufällig gelesen und zwar ging es dabei darum, dass er eine Analyse zur Verfügung gestellt hatte, also dieser Block Zero Hedge, der darauf hindeutete, dass ein Großteil der hier stattfindenden Käufe tatsächlich aus sogenannten Buybacks wieder entstanden ist. Also das heißt, das sind Aktienrückkaufprogramme gewesen seitens US-amerikanischer Unternehmen, die dort mit dieser Bewegung ganz wesentlich getragen haben. Nicht, dass das nicht was Neues wäre, aber es ist zumindest mal besonders, wenn eben das so unausgeglichen stattfindet und im Grunde genommen nur Aktienrückkaufprogramme und weniger die Aussicht auf fundamental weiter positive Entwicklung, auch besonders seitens des privaten Sektors hier eine Rolle spielt, dieses billige, zur Verfügung gestellte Geld der Notenbank beziehungsweise durch die Steuersenkung der Trump Administration eben genutzt werden, statt Arbeitsplätze zu schaffen, tatsächlich nur dem Management die Taschen voll zu machen oder auch den Aktionären die Taschen voll zu machen. Nicht, dass das nicht auch in der Vergangenheit schon so war, aber nichtsdestotrotz ist das eben ein Zeichen dafür, dass eben auch hier die Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs nicht unterschätzt werden darf, weil man eventuell auf solch einen nicht so wirklich gut vorbereitet ist tatsächlich und ja, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, noch stellt sich die Situation nicht dramatisch dar, kann sich aber noch wesentlich dramatischer in den kommenden Tagen darstellen, auch vor allem, weil, und jetzt wird es ein bisschen technisch, aber es ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, welches ich am Montag schon mal thematisiert habe und was gestern dann auch in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt ist, weil wir nämlich diesen Schlüsselbereich begonnen haben zu unterschreiten, 2870 dieses Level und zwar sogenannte Risk Parity Funds spielen da eine ganz wesentliche Rolle, also man hat es gerade eben hier eventuell schon mal so gesehen, ich hatte letzte Woche Freitag auch zum Commitment of Traders Report hier unter anderem wieder ein Retreat eingestellt gehabt zur aktuellen Entwicklung im WIX, im Volatilitätsindex auf den S&P 500, also heißt, diese Markteilnehmer, die sich hier positionieren, die kaufen oder verkaufen Volatilität und wenn man sich diese Grafik mal ein bisschen genauer betrachtet, leider etwas klein, aber nichtsdestotrotz, diese grünen Balken zeigen eine klare Tendenz nach unten und bedeuten nichts weiter, als dass der Markt aggressiv eben Volatilität am Verkaufen ist und wir sind jetzt auf Stände gerutscht, die wir das letzte Mal gesehen haben, kurz bevor es dann im Februar 2018 massiv geknallt hat, da kann sich der Einlader daran erinnern, da gab es einen richtigen starken Anstieg der Volatilität, weil plötzlich nämlich Kursschwellen im Markt unterschritten worden sind, die eine derartige aggressive Short-Positionierung im Volatilitätsindex nicht mehr gerechtfertigt haben und dazu dann geführt haben, dass es zu einem Domino-Effekt kam, der massiv eben zum einen die Volatilität nach oben geschossen hat, das war das hier, ja, und dann eben zu einer Reduktion dieser Short-Position geführt hat. Das wird auch diesmal nicht anders kommen, es ist nur die Frage, durch was es initiiert wird und wir tanzen aktuell auf tatsächlich des Messers schneide. Was ich damit meine, das findet sich in einem anderen Blog-Artikel, den ich natürlich ganz antizipierend schon verfasst habe, weil ich mir sicher bin, dass das früher oder später ein Thema ist, es ist allerdings keine leichte Kost, das sage ich gleich. Nichtsdestotrotz, denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall damit ein bisschen näher auseinanderzusetzen, einfach auch deswegen, weil man sich dann mit solch einer Thematik, die sogenannten schwarzen Spänen, ein bisschen besser auseinandersetzen kann und das ein bisschen besser verstehen kann. Auch wie zum Beispiel solche Hedgefonds, CTAs und dergleichen eben tatsächlich ihre Risiken kalkulieren. Also nochmal, der Blog-Artikel und dann einfach ein bisschen nach unten scrollen und dann hier den schwarzen Span suchen und einfach da draufklicken. Das, was es hier in diesem Artikel geht, ist im Endeffekt nichts weiter, als dass ich eben mal versuche, eine Idee davon zu vermitteln, wie sich seit besonders der Finanzkrise hier die Allokation bei zum Beispiel Hedgefonds oder CTAs eben dann bei entsprechenden Portfolios verändert hat. Also anders formuliert, wenn ich jetzt zu einem Hedgefonds gehe oder zu einem Vermögensverwalter, dann habe ich ja eine bestimmte Vorstellung von meiner Rendite. Klar, ich möchte möglichst viel haben, aber ein professioneller, seriöser Vermögensverwalter, der wird immer anfangen, zuerst aus der Risikoperspektive sich zu nähern und die Risiken und demnach auch die Bedürfnisse des Investors eben hier eben genauestens zu evaluieren. Und ausgehend hiervon schließt man dann von der Risikoneigung des Investors auf eben die Zusammenstellung, auf die Allokation des jeweiligen Portfolios. Und jetzt hat sich eben seit 2010 ungefähr, seit der Finanzkrise 2008, habe ich hier geschrieben, der Fokus immer stärker eben auf das, auf dieses Modell der Vermögensallokation, der sogenannten Risk-Parity-Methode eben tatsächlich verlagern. Der Risk-Parity-Ansatz, der zielt bei seiner Allokation darauf ab, bei gleichem Risiko, wie zum Beispiel in meinem traditionellen Portfolio resistenter gegen Marktabschwünge zu sein. Und vorstellen kann man sich das wie folgt, die schauen sich einfach die jeweilige Volatilität am Markt an, ja, also, und sind dann entsprechend positioniert, beispielsweise in Aktien, ja, so einfach mal dargestellt, dass die sagen, wir sind 90% in Aktien, haben dann eben nur noch 10% in Anleihen und den Rest managen wir eben über dann noch Zusatzpositionen in zum Beispiel Volatilität. Lange Rede, kurzer Sinn, die sind aktuell und das gibt Aufzeichnungen von zum Beispiel der Investmentbank Nomura, der japanischen, aktuell sind Equities nahezu 100% in Aktien long und massiv in Volatilität short. Also, das heißt, das zeigt sich ja auch hier dann entsprechend über den Commitment of Traders Report entsprechend, die verkaufen einfach Volatilität. So, jetzt passiert dann eben Folgendes, ausgehend von dieser Volatilität, werden natürlich auch entsprechenden Niveaus berechnet, dann rein statistisch betrachtet, wo eben entsprechend Anpassungen dieser Allokation vorzunehmen sind. Also, anders formuliert, wenn der Markt jetzt ein bestimmtes Kursniveau unterschreitet, beziehungsweise die Volatilität ein bestimmtes Kursniveau beginnt zu überschreiten, dann gilt es entsprechend diese Portfolios zu adjustieren. Also, anders formuliert, die gucken sich einfach dann sogenannte auch Sigma Events an. Also, das heißt, es gibt ja eine Normalverteilung ausgehend, also, ich mache es mal anders, ich zeige euch das mal anders. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Webseite gehe wie OnVista, ja, und bei OnVista gucken wir uns den VDAX an oder den WIX zum Beispiel. Dann hat sich vielleicht der eine oder andere schon immer gefragt, na, was heißt denn das überhaupt? Also, Volatilität, ja, auf den DAX ist es nicht der WIX, auf den DAX ist es eben der VDAX New. Der zeigt mir einfach an, mit welcher Wahrscheinlichkeit erwarten die Marktteilnehmer, dass der Markt sich auf oder um eine bestimmten Punktzahl am Tag bewegt. Tu mir das doch jetzt nicht an. So. So. Und, jetzt kann man ausgehend von diesem Punktwert hier, kann man im Grunde genommen dann eben eine einfache Rechnung auf den Weg bringen, die uns sagt, was erwartet der Markt in dem Fall für die nächsten 30 Tage, dass der DAX sich auf der Oberseite beziehungsweise auf der Unterseite bewegt. So. Das ist also jetzt das Pendant hier für den DAX. Ich gehe jetzt mal zurück zu dem Artikel und jetzt kann man eben zum Beispiel ausgehend zum, das Interessante ist, dass es nahezu dieselben Werte sind, die ich in dem Artikel verwendet habe, die jetzt aktuell wieder akut sind. Also wir sind da ein bisschen höher, 2940 glaube ich war uns, aber der WIX, der Volatilitätsindex, der stand gestern, vorgestern, Verzeihung zum Schlusskurs, bei ungefähr 15, 16 Punkten Pi mal Daumen. So. Und was man jetzt im Endeffekt macht, das ist im Grunde genommen folgend ist, man nimmt diesen Indexstand, man multipliziert den mit diesem WIX-Stand, den man eben ablesen kann, also aktuell 15,9 ungefähr und dann schaut man sich die Schwankungsbreite für einen Tag an, nicht für die nächsten 30, sondern für einen. Und da wir 365 Tage im Jahr haben, beinhaltet diese Formel eben dann entsprechend, dass man sich hier 1 durch 365 anschaut und daraus die Wurzel zieht. Das multipliziert man eben entsprechend miteinander und dann kriegt man die Schwankungsbreite für einen Tag. Das ist dann ein sogenanntes Ein-Sigma-Event. Das heißt, der Markt erwartet, er preist ein, dass der Markt sich um 24 Punkte nach oben oder nach unten bewegt und ist in diesem Moment eigentlich dann entsprechend positioniert. Jetzt kann man das aber natürlich dann entsprechend auch beginnen, so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, habe ich hier eigentlich so eine Grafik drin? Nee. Das habe ich in einem anderen Artikel eingestellt, diese Grafik. Ich gucke mal kurz. Ich habe hier, da habe ich nämlich auch nochmal einen speziellen Artikel eben zum VDAX New beziehungsweise zum WIX geschrieben. Alles, was ich jetzt erzähle, kann man auch in diesem Artikel eben nachlesen. Findet man direkt unter dem schwarzen Sparenartikel. Und in diesem Artikel ist es dann eben so, da habe ich auch hier eine Grafik, ja, so kann man sich dann eben vorstellen, das gibt dann ja dieses statistische Modell mit der Normalverteilung, wo man im Grunde genommen eben sagen kann, okay, sagen wir mal 68% der Fälle in dem Fall, ist es eben so, schwankt der Markt in diesem Intervall, in 95% der Fälle schwankt, na, in 95% der Fälle schwankt der dann in einem breiteren Intervall und dann in 99% der Fälle schwankt der in diesem Beispiel hier zum Beispiel zwischen 318 Punkten nach oben und nach unten. Alles, was da rausfällt, wird eben als potenzieller schwarzer Spahn eben bezeichnet. Und jetzt ist es dann eben so, das ist zwar nur eine Annäherung, aber man kriegt eine gute Idee davon, wann eben die Panik einsetzt, oder beziehungsweise nicht Panik wirklich, sondern das sind ja mathematische Modelle einfach nur, wann eben diese Fonds anfangen müssen, ihre Portfolios zu re-adjustieren. Und in dem Fall ist es eben so, dass wir von den 2940 zum Schlusskurs von Montag ausrechnen können, dass es ungefähr wieder 70 Punkte sind auf der Unterseite dann, also 2870 Punkte, wo eben eine Schwelle unterschritten wird, wo dann eine entsprechende Anpassung dieses Portfolios stattfinden muss und wo es auch massive Verkäufe gibt. Also anders formuliert, wenn die jetzt hier aktuell zum Beispiel 100% in Aktien long sind in ihrem Portfolio, dann müssen sie die Position reduzieren auf beispielsweise 60% long. Das kann man sich aber vorstellen, wenn du da zig Milliarden akkumuliert hast, infolge dieser aberwitzigen Rallye, im Grunde genommen seit Ende des Jahres, hier seit diesem sehr, sehr dramatischen Abschlag auf der Unterseite, dass da natürlich auch eine richtige Verkaufswelle beginnt, in den Markt eben entsprechend zu rollen und dann dafür logischerweise einen besonders dünnen Marktumfeld, in dem wir uns gerade finden, dazu beiträgt, dass eben diese Bewegung nach unten beginnt, sich immer stärker zu beschleunigen und es zu einem Domino-Effekt kommt, der eben dann solche massiven Abschläge zur Folge hat, die dann auch gemeinhin in den Medien als Flash Crash kolportiert werden. So, also wie gesagt, das ist nicht besonders einfach und wie soll ich sagen, leichte Kost, mit Sicherheit nicht, aber es gibt eine relativ gute Idee davon, warum wir aktuell eben, wie gesagt, auf das Messer Schneide wandeln und wie hoch die Gefahr auch gesehen werden darf, dass es dort noch mal zu einem massiven Abschlag auf der Unterseite kommt, ganz besonders dann eben, wenn der Markt komplett auf der falschen Seite erwischt wird, so wie es jetzt am Montag wurde. Wir haben dann eine plötzliche Kaufwelle wieder gesehen, eine unsichtbare Hand, die in den Markt intervenierte und die uns einfach mal scharf nach oben zog, also besonders schön kann man das hier im DAX sehen. Wir haben zunächst einmal morgens noch Abschläge gesehen und plötzlich stabilisierten wir uns ein bisschen und mit den US-Märkten haben wir im Grunde genommen alle Verluste wieder nahezu aufgeholt für den, also für den, bis zur Eröffnung, so müssen wir das formulieren, für den Tag nicht, haben wir mit einem starken Minus eben tatsächlich geschlossen, aber Fakt ist einfach mal, dass diese Gefahr meiner Meinung nach noch nicht wirklich gebannt ist und der Markt unterpreist aktuell die Option massiv meines Erachtens nach und das sieht man auch dann in Währungspaaren wie im Dollar-Yen zum Beispiel, dass eben hier tatsächlich es zu keiner Einigung kommt und dass die Chinesen sagen, sorry Leute, aber so spielen wir nicht, also das könnt ihr vergessen, ihr seid von uns genauso abhängig wie wir von euch, ja, also und eventuell seid ihr sogar noch ein bisschen abhängiger von uns, man schaue in dem Zusammenhang besonders auf eben die massive Nachfrage der Chinesen nach US-amerikanischen Schuldtiteln, Bonds beispielsweise, ja, im Endeffekt ist das auch vielleicht mit einer der Gründe, die dazu beigetragen haben, dass es dort zu diesen Turbulenzen am Markt kam, weil nämlich die FED, die ihre Anleihebilanz oder ihre Bilanz, die Anleiheaufkäufe begonnen hat zu reduzieren beziehungsweise zurückzufahren und in den Markt zu geben, die brauchte dafür ja natürlich Käufer und wenn dieser Käufer wegbricht, so wie man das dann hat durchaus auch erwarten dürfen, dass die Chinesen da jetzt nicht unbedingt sich hinstellen und eben als aggressiver Käufer auftreten, dann kommt es zu solchen Turbulenzen, wie wir sie eben dann im Oktober, November, Dezember gesehen haben und diese Gefahr ist weiterhin auch akut gegeben und sollte nicht unterschätzt werden und besteht akut meiner Meinung nach und das sollte man nicht unterschätzen, deswegen darf es bis in den Monats, Monatsschluss nicht, aber bis ins Ende der Woche, bis in den Ende, bis in das Ende der Handelswoche jetzt mit erhöhter Volatilität gerechnet werden und wir sollten auch auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, bei eben Long-Engagements, die wir bis Wochenende planen zu halten, denn da sind, wenn nicht sogar bereits am Freitag, sich deutliche Turbulenzen abzeichnen, da ist enorme Gefahr gegeben, dass wir eben einen starken, starken Anstieg in der Volatilität zu sehen bekommen, dass es zu Anpassungen der Portfolios kommt und dass wir eventuell noch mal dramatischer einen Abschlag zu sehen bekommen, der sich auch nicht so einfach aufhalten lassen wird, denn da kommen wir jetzt nämlich zurück zu dem, was ich schon seit langer Zeit sage, es ist brandgefährlich gewesen, was die Trump Administration gemacht hat, meiner Meinung nach, denn sie hat alles an potenziellem Vertrauen verspielt, was es zu verspielen gab, es gibt nichts mehr wie Vertrauen, was meine ich damit, nun wir hatten eben diese Turbulenzen im vierten Quartal 2018, man hat dann eben begonnen auf die FED einzuwirken, die die Möglichkeit hatte von ihrem auf Autopilot laufenden Rückkauf oder Anleiherückführung eben in den Markt oder Normalisierung der FED-Bilanz eben abzuweichen, vielleicht sogar Zinssenkungen in Aussicht zu stellen, hat geklappt, wir haben die Trump Administration gesehen, besonders in Personen des Finanzministers Munchin, der die Plunge Protection dann aus seinem Urlaub in Cabo in Mexiko rund um Weihnachten ins Spiel gebracht hat, wir haben Donald Trump gesehen, der sich gebrüstet hat, als Dealmaker aufzutreten und wie großartig der Fortschritt sei, den man dort in den Gesprächen macht, der das gesamte Jahr 2000, also mindestens ab dem zweiten Quartal eigentlich 2018 über dem Markt schwebte dieses Damoklesschwert, dass der Handelsstreit mit den Chinesen eskaliert, da hat es massive rhetorische Interventionen auch gegeben, großartig wie die US-Wirtschaft am Laufen ist und so weiter und so weiter und so weiter das Problem ist jetzt halt spätestens seit Sonntag glaubt besonders Donald Trump erstmal niemand mehr, also nicht, dass ich nicht Skepsis hatte und auch nicht alleine war, es gab diverse, die gesagt haben, ob sich wirklich ein Deal abzeichnet, also wenn sich da ein Deal abzeichnet, dann redest du doch nicht so darüber, wie du es tust und genau das hat sich jetzt bewahrheitet, das ist eine enorme Gefahr, weil diese Munition ist verschossen, die Fett-Munition ist verschossen mit der geldpolitisch lockeren Haltung und in Summe wird es dann echt problematisch, wenn sich jetzt eben dann so ein Crack abzeichnet und der Markt eben beginnt eben erste Risse im Glas zu zeigen und früher oder später könnte es sogar sein, dass dieses Glas einfach zerberst und dann gibt es eben eine große Welle, die noch dramatischer sich darstellt wie jene, die wir im dritten Quartal gesehen, vierten Quartal gesehen haben, in den letzten drei Monaten des Jahres 2018. Der Vorteil ist natürlich von Donald Trump, der macht das natürlich auch ganz schlau und deswegen habe ich mich auch zu einer ketzerischen Umfrage hinreißen lassen. Bis jetzt ist es noch nicht, hat es noch nicht stattgefunden, eine Option habe ich aber noch. Ich habe nämlich am Montag einfach mal die Frage aufgeworfen, das kann man hier in dieser Umfrage dann sehen, wie lange es wohl dauern wird, bis Donald Trump dann ein Tweet absetzt, wonach eigentlich nicht diese gescheiterten Diskussionen oder Handelsverhandlungen hier mit den Chinesen eben dafür schuld sind, für diesen starken Abschwung am Aktienmarkt, sondern es eben die Fett war, die vergangene Woche Mittwoch eben den Zins nicht um ein Prozent gesenkt hat beziehungsweise QE gelauncht hat. Wer jetzt denkt, dass ich einen Scherz mache, wer das mit beobachtet hat, der weiß, es ist absolut kein Scherz. Donald Trump hat tatsächlich letzte Woche Dienstag, einen Tag vor der Fett, genau das auf den Weg gebracht und nachdem auch die Non-Farm-Payrolls letzte Woche am Freitag so unglaublich positiv überraschte Algen, sie waren solide, sagen wir es mal so, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die waren ein bisschen durchwachsen, aber die neu geschaffenen Stellen haben dann doch eine klare Aufwärtstendenz eben gezeigt und Resultat darauf war nicht, dass der US-Dollar starken Momentum aufgenommen hat, sondern Resultat war in der Tat, dass wir hier tatsächlich eine Abwertung des US-Dollars gesehen haben und auch jetzt aktuell der Euro zum US-Dollar zurück über die 1,12er-Marke läuft, also gelaufen ist in dem Bereich sich stabilisiert und kein weiteres Momentum auf der Unterseite aufnimmt, weil eben dann Herr Kudlow, der Chief Economic Advisor des Weißen Hauses und auch Stephen Munchin auf CNBC in einem Interview gesagt haben, dass man seitens der FED eine Zinssenkung eben tatsächlich auf den Weg bringen sollte und ja, nun, was soll man groß dazu sagen? Diese Abwertung des US-Dollars, dieses Einwirken ist eben etwas, was derzeit auch den US-Dollar sicherlich davon abhält, aufzuwerten, was mich auch übrigens dazu bewogen hat, eine längerfristig ausgelegte Short-Position im Euro-US-Dollar wieder zuzumachen, also nahezu Plus-Minus-Null, zwar hat keinen großen Absprung gegeben, ich war kurzzeitig auf der richtigen Seite positioniert, aber Momentum auf der Unterseite ist nicht aufgekommen, weil eben derzeit offensichtlich auch der Markt nicht wirklich willens ist, aggressiv den US-Dollar gegenüber dem Euro zu kaufen, weil man eben nicht so wirklich weiß, welche Maßnahmen hier seitens der Trump-Administration noch unternommen werden, um den US-Dollar in irgendeiner Form dann zu downtalken und welche Maßnahmen dort sehr wahrscheinlich ergriffen werden. So, das wäre es jetzt in dem Zusammenhang gewesen, mehr gibt es nicht zu berichten, wir sehen übrigens hier, wir stoßen zwar in die Gefilde vor, mal gucken, ob der Trigger jetzt gleich geholt wird, wir sehen aber auch, das Momentum nach oben ist dann deutlich, wird deutlich geringer, also das zeigt auch für Long-Engagements, rein technisch, wie gesagt, ist das nachvollziehbar, die Long-Seite zu traden, wäre absolut legitim, aber dynamischer Kursanstieg, der sieht definitiv anders aus und meiner Meinung nach hat das damit zu tun, weil wir hier einfach in den Bereich eines potenziellen Short-Triggers laufen, der eventuell auch nochmal einen stärkeren Impuls nach unten eben initiieren könnte, das sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm eben tatsächlich haben, so ich schaue mal kurz in die Chatbox, jetzt müsste ich mal kurz fragen, an Günther, was meinst du mit dem Fix, ach der Wix, ja der Wix, der Volatilitätsindex, also getradet werden kann da als Future auf jeden Fall, wie das bei anderen Brokern aussieht, kann ich an der Stelle nicht wirklich sagen, was ich aber mit Sicherheit sagen kann ist, ich kann mal kurz hier in die Symbole gucken, bei FX Flat, ob der handelbar ist, wenn er hier nicht handelbar ist, dann gehe ich ja mal mindestens davon aus, dass er bei Cup Trader, bei Cup kann man, ne genau, als Future kann man den dann traden, ja also da ist er auf jeden Fall handelbar. Dann ein Backtest für die Range, für welche Range, genau, also hier, das bezieht sich die Frage jetzt hier auf diese Open Range, in Bezug auf den DAX, falls ja, dann gibt es dazu auf jeden Fall einen Backtest, nämlich mindestens in meinem Buch, denn die Strategie, die wir hier traden, ich will jetzt mal ganz kurz die Ecktaten, also es sind tatsächlich vier Punkte, die wir hier durchlaufen, will ich mal ganz kurz hier, einen Moment, ich mache mal kurz Folgendes, würde ich mal kurz, mal hier reinziehen, also da laufen wir vier Schritte durch und zwar der erste ist, wir legen die Range fest, festlegen, OR, OR steht hier für Open Range, zwischen 0800 und 0905 Uhr, Klammer auf, MEZ natürlich, MESZ in unserem Fall jetzt, dann zweiter Schritt ist, identifiziere Vorteil, das heißt also, traden wir, schreibe ich mal dazu, mittels EMA 50 auf 5 Min Basis, das heißt anders formuliert, traden wir drüber, werden Ausbrüche aus der Open Range auf der Oberseite getradet, traden wir drunter und brechen aus der Range auch entsprechend unten aus, werden Breaks auf der Unterseite getradet, da sieht man auch, also wie gesagt, da müsste jetzt eigentlich ein Long Trade auf den Weg gebracht werden, rein technisch, wenn man das einfach nur konsequent durchhandelt, diese Basisstrategie, mittels EMA, genau, und dann trade a break, trade a break aus OR in Richtung des Vorteils Stop Oberstrich unterhalb der Range und TP, also das Take Profit Level ist 2 zu 1. Also das bedeutet anders formuliert, wenn ich jetzt ausgehend von dieser Range zum Beispiel sage, die Range ist 25 Punkte breit, ja, dann würde mein Risiko bei einem Ausbruch entsprechend hier 25 Punkte sein und das Take Profit Level würde im Verhältnis 2 zu 1 platziert werden, also 50 Punkte ausgehend von dem, von dem, na, 50 Punkte von dem Einstiegslevel eben platziert werden und Backtestresultat dafür, wie gesagt, gibt es beispielsweise im Buch, ich habe da auch schon mal diverse Artikel darüber verfasst, also das ist die, die, die klassische, nackte Basisstrategie, wo natürlich Anpassungen vorgenommen werden können, zum Beispiel, so wie ich es jetzt gemacht habe, ausgehend von diskretionären Interventionen, alle mit dem Ziel, Kapitalkurve zu glätten, das Problem bei diesem Ansatz ist eben, dass man relativ zügig auch vielleicht in einen Bereich läuft, der Drawdown-technisch nicht wirklich gut korrespondiert mit der persönlichen Risikoneigung, ja, da kann man natürlich die Positionsgröße reduzieren, aber nichtsdestotrotz, ist das mental schon, es kann eine ziemliche Belastung sein, das zu traden, also das ist eine Möglichkeit, wie gesagt, durch diskretionäre Interventionen, natürlich nur, wenn sie auch eine Verbesserung herbeiführt, andere Möglichkeit ist, die Ranges anzupassen, mehrere Ranges zu traden, zum Beispiel, dann ist das auch anpassbar auf eben den Equity-Bereich, auf den Devisen-Bereich, also Equity-Bereich Aktien, wo wir von allerdings sehr liquiden Titeln sprechen, Google, Amazon, Apple und so weiter, da kann man auch mit entsprechenden Parametern das traden, wie gesagt, Devisen kann man auf diesem Weg eben handeln und demnach ist das eigentlich eine sehr, sehr, meiner Meinung nach, sehr, sehr gute Herangehensweise, in Anführungsstrichen, sehr trivial, aber eben einfach duplizierbar und auch entsprechend gut testbar, jetzt ist der Film übrigens erfolgt, also wir haben jetzt die Attacke hier auf diese Tiefs, haben wir hier jetzt geshortet und ja, auch immer so der Dinge, die da kommen, also ob da jetzt gleich eine Reaktion stattfindet oder nicht, das bleibt jetzt natürlich erstmal abzuwarten. Theoretisch, theoretisch schon, also Werner stellt eine sehr interessante Frage, da sind wir dann aber recht zügig in einem fast schon pathologischen Bereich, weil da nämlich diverse Faktoren mit einzubeziehen sind müsste eine 25-prozentige Zollerhebung zwischen den USA und China nicht eigentlich positiv für die Eurozone sein, da diese die Zölle nicht erheben. Theoretisch schon, weil natürlich dann die Chinesen potenziell ihre Handelsbeziehungen eben mit Europa beginnen zu intensivieren. Problematisch wird es allerdings dadurch, dass die erhöhte Nachfrage nach Euro seitens der Chinesen natürlich zu einer Erhöhung des Wechselkursverhältnisses führen können, die dann wiederum dazu führt, dass Europa generell Schwierigkeiten bekommt, seine Güter in andere Bereiche der Welt abzutreten beziehungsweise, wir wissen auch, dass ein zu hohes Bewertungsniveau ist das Euro, negative Auswirkungen zum Beispiel besonders für die südeuropäische Peripherie eben tatsächlich behält, weil eben, wie gesagt, Import, Export in dem Zusammenhang natürlich ein ganz großes Thema ist. Zudem sollte man nicht unterschätzen, dass natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit wiederum erhöht, also nicht bezüglich jetzt der, also eine solche Handelskriegseskalation, so nennen wir sie mal, zwischen den USA und China, sollten wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass da natürlich auch das Risiko gegeben ist, dass sich entsprechende Zölle hier dann der USA gegenüber Europa wiederfinden und demnach ist das nicht zwangsläufig gesagt, dass das positiv für Europa wäre, also pauschal gesprochen, das müsste man mit Sicherheit erstmal abwarten. So, ja, zum Trade, wie gesagt, wir können jetzt nicht besonders viel machen, außer halt der Dinge Harren, die da kommen, aktuell, wie gesagt, überlaufen wir diesen Trigger jetzt zunächst einmal, aber wie gesagt, wir arbeiten mit diesem Wohler-Stop, ich bin mal gespannt, ob da früher oder später eine Reaktion stattfindet, aktuell scheint sich der Markt ohne Probleme erstmal erholen zu können, das spricht jetzt auch nicht dafür, dass da eben ein scharfer Abschlag sich nochmal abzeichnet, der Kehrseite natürlich auch zu sagen, eine ähnliche Entwicklung hatten wir gestern auch, also wir haben es verhältnismäßig stabil präsentiert und dann eben begonnen in den Nachmittag hinein, frühen Nachmittag, Nachmittag, späten Abend über die US-Märkte stärker auf der Abwärtsseite zu präsentieren, es könnte natürlich auch sein, dass uns das hier dann für den heutigen Tag blüht, also wie gesagt, harren wir einfach mal die Dinge, die da kommen. Ich würde vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, weil ich es nämlich vorbereitet habe, einen kurzen Blick werfen wollen auf diese saisonalen Pattern, das hatte ich auch beim letzten Mal ja thematisiert, wir wollen vielleicht gar nicht mit dem aktuellen beginnen, interessanterweise übrigens ein Long-Szenario, nach all dem, was ich gerade präsentiert habe, kommt man sicher nicht zu dem Schluss, dass ich jetzt eigentlich Long wäre, aber saisonal ist es tatsächlich wahrscheinlich eher sinnvoll, die Long-Seite im Nasdaq zu traden, besonders im Zeitfenster dann vom 17.05., also nächste Woche, bis zum 29.05., wir in den letzten 16 Jahren Trefferquote von 81% gehabt, aber kurz mal einen Blick zurück auf das Pattern, was wir beim letzten Mal thematisiert hatten, der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, 16.04. bis 23.04., da hatten wir hier eine Trefferquote von 16 zu 21, also etwas über 75% tatsächlich, das nämlich der S&P in diesem Zeitfenster zulegen dürfte und wenn wir jetzt ganz stark reinzoomen, ich habe es hier oben mal herausgestellt, diese Handelstage, da kann man sehen, vom 16. startend, wenn wir dort eben den Entry gewählt haben mit einem entsprechenden Wohler-Stop, den ich hier thematisiert hatte von ungefähr 25 Punkten und dann sind wir bei 75 ungefähr gewesen, war knapp nicht geholt worden hier mit dem Stop und dann eben sind wir dort mit diesem Push auf der Oberseite an genau dem Tag, wo wir dann am Ende des Handelstages den Trade geschlossen haben, eben aus dem Gewinn gegangen und es ist ein Gewinn aufgelaufen von, ich glaube, etwa 26, 28 Punkten, so Pi mal Daumen, vom Entry, der bei 9.05, 9.06 lag, der Schlusskurs, der lag eben hier bei sogar 30, also 9.36, 9.37, also 30, 31 Punkte Profit sind dann eben in diesem Fenster entstanden, also das heißt, dieses saisonale Muster ist hier in diesem Fall aufgegangen und ja, ähnliches Muster findet man, wie gesagt, jetzt im US-amerikanischen Markt hier mit Nasdaq 100, Nasdaq 100 Long zwischen 17.05 und dem 29.05 und in 13 dieser 16 Jahre hat man eben in diesem Fenster einen anziehenden Nasdaq gesehen mit einem durchschnittlichen Gewinn von 66 Punkten, 66,2 Punkten und im durchschnittlichen Verlust dann hier von 29,67 bei einem maximalen Verlust, übrigens ein L, Verlust, Verlust, maximalen Verlust hier, beziehungsweise maximalen Drawdown von 53 beziehungsweise 28,5 Punkten und ja, die Idee wäre im Grunde genommen, dass man eben zum Schlusskurs am 17.05 eine Long Position in den Markt gibt, dann wieder mit einem entsprechenden Stop arbeitet, ich berechne den immer wie folgt, ich schaue mir immer gerne in dem Zusammenhang zweierlei an, nämlich zum einen die durchschnittliche Schwankungsbreite über den Daily Range Indikator die letzten 5, 10 und 20 Handelstage und ergänzend dazu nochmal die Average True Range, auch da arbeite ich tatsächlich dann mit einem Wohler Stop, ausgehend allerdings von historischen Daten hier an dieser Stelle und wenn man sich das jetzt anschaut und sehen wir eben einen durchschnittlichen Moment so wenn man sich das jetzt eben anschaut dann sieht man eben gehen wir mal aktuell davon aus dass die ATR die letzten 14 Handelstage bei 107 Punkten notiert hat ja also das heißt deutlich oberhalb hier das durchschnittliche Verlust von 30 Punkten gelegen hat die durchschnittliche Handelsspanne dort kann man sie sehen im Nasdaq liegt auch ungefähr im Bereich um die 100 Punkte letzten 20 Tage zum Beispiel lag die Handelsspanne im Schnitt bei 90,8 Punkten die letzten 10 Tage im Schnitt bei 115 also das bedeutet das passt dann auch relativ gut mit dieser 14er ATR eben zusammen und so wenn man das eben jetzt sich anschaut dann tut man wahrscheinlich gut daran derzeit vor dem Hintergrund der erhöhten Volatilität mit einem entsprechend weiteren Stop zu arbeiten wahrscheinlich sogar um die 100 Punkte tatsächlich dann angesetzt werden sollte würde dann zum Schluss Kurs eben am 17.05 eine Longposition eingehen also Kasseschluss das heißt 21.59 unserer Zeit Wall Street 22 Uhr ist der Kassenschluss und da würde man den Longtrade aufsetzen mit einem 100 Punkte Stop eben entsprechend Positionskurs entsprechend natürlich zu wählen bei einem jeweiligen Risiko was man bereit ist zu gehen und würde dann darauf spekulieren dass in den kommenden roundabout 2,5 Wochen eben tatsächlich hier ein Gewinn aufläuft von 66 Punkten jetzt wird der ein oder andere schon sagen was 100 Punkte Stop um auf 66 zu gehen das ist an der Stelle tatsächlich eine Möglichkeit denn sie hat einen positiven Erwartungswert ergebend aus der Tatsache dass wir mit einer Trefferquote von 81% arbeiten lass mich das ganz kurz mal hier eintragen also Nasdaq 100 Seasonal oder Seasonal Long Seasonal Long Parameter sind Entry Long SK für Schlusskurs 17.05 so Stop und SK ich schau mal so SK 17.05 mach da mal eine Klammer drum minus 107 das sind die 107 Punkte oder 100 Punkte die wir gerade hier gegeben hatten und dann setzen wir unser Ziel oder Take Profit Gewinnmitnahme Level bei SK 17.05 plus und dann 67 Punkte auf der Oberseite so hier sieht man schon der Gewinn den ich anstrebe ist offensichtlich kleiner als hier das Risiko was ich bereit bin einzugehen aber nichtsdestotrotz wir gehen halt hier über die Trefferquote um unseren Erwartungswert zu berechnen der gibt sich ja dann durch eben diese 67 Punkte wenn wir davon ausgehen dass wir die gewinnen haben eine Trefferquote in der Vergangenheit von 81% oh Verzeihung 0,81 also 81% 0,81 und davon ziehen wir dann die 100 Punkte ab die wir als Risiko haben multipliziert na multipliziert mit eben 0,19 also 19% und dann ergibt sich das ich rechne das mal kurz aus 67 mal 0,81 ist 54,27 minus 0,19 also 19 und das offensichtlich also ich kürze das jetzt mal ab das ergibt sich zu größer 0 weil das Ergebnis über 30 Punkte oder 35 Punkte ungefähr im Schnitt positiv ist und das ist genau das was wir anstreben in unserem Trading Setups mit einem positiven Erwartungswert zu handeln denn positiver Erwartungswert ist gleichzusetzen mit Profitabilität das ist auch das was wir langfristig in unserem Trading generell anstreben und ja deswegen ist dieses Setup meiner Meinung nach ein relativ attraktives und durchaus interessantes ergänzend dazu könnte ich jetzt auch noch eins angeben für den Austral-Dollar gegen den kanadischen Dollar da habe ich auch noch eins das ist allerdings ein sehr exotisches Vierungsverfahren hat noch eine leicht höhere Trefferquote eben tatsächlich ist dann anzutreffen dann in der Tat ab heute ja vom 7.5. bis zum 30.5. jetzt geht uns ein bisschen die Zeit aus aber von dem will ich tatsächlich absehen ja das möchte ich ungerne jetzt gerade thematisieren infolge nämlich dieser Unsicherheit die wir am Markt sehen infolge dieser Handels dieses Handelskonflikts und der Grund dafür ist relativ einfach es gibt eine Betrachtung die zeigt dass der kanadische Dollar verhältnismäßig stark positiv korreliert ist zum Volatilitätsindex negativ korreliert so muss man sagen also es bedeutet anders wenn die Situation am Markt eskaliert darf man eher erwarten dass dann zu Kapitalabflüssen auch aus einem rohstoffsensiblen Asset oder aus einer rohstoffsensiblen Währung wie dem kanadischen Dollar eben kommt und da möchtest du ungern den kanadischen Dollar dann gegenüber dem oder gegenüber jeder Währung eigentlich long sein klar könnte man jetzt argumentieren aber der Austral-Dollar ist ja nicht an China gebunden und würde nicht der Austral-Dollar auch noch stärker unter Druck geraten das wäre natürlich ein valides Argument aber normalerweise strebst du eigentlich danach eine starke Währung gegen eine schwache Währung zu traden und nicht jetzt hier zu wählen dann in diesem Fall ein bisschen dramatischer formuliert ob jetzt Pest oder ob Cholera die bessere Alternative wäre in solch einem Szenario und deswegen würde ich gerne von dem Setup tatsächlich absehen wollen und dann lieber hier den Fokus auf den Nasdaq eben tatsächlich legen ja insofern das wäre es meinerseits gewesen prima vielen Dank Jens für das Webinar heute und auch für die Trade-Ideen die du ja für dich erarbeitet hast und natürlich danke an alle für die Teilnahme und für das Interesse das nächste Webinar mit Jens wird am 22. sein also in zwei Wochen und ja bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich eine erfolgreiche Woche noch einen schönen Tag passen Sie auf jede Position auf und dir natürlich auch Jens eine erfolgreiche Woche bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich Jens du hast wie immer das letzte Wort Dankeschön Happy Trading passt eure Slops auf und bis in zwei Wochen ich freue mich habt euch wohl Tschüss Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.